Hier könnt ihr jetzt mal meine Fauchschaben sehen, ich habe denen gerade eine Himbeere an eine Erdbeere reingetan, ein paar Blätter vom Himbeerstrauch, vom Eichelbaum ein paar Blätter, können sie rumklettern, da hinten ist eine Heizmatte, wo sie sich aufwärmen können, 35 Watt hat die, hier der fängt gleich an zu fressen, hier an dem Eichelblatt, der andere, der genießt die Himbeere, der da hinten hat auch ein Blatt, der ist ja auch an der Suche, da oben klettert einer auf der Wurzel, hätte sie aber auch schön gefressen, hat schon riesige Stücke abgebissen, da habe ich es gerade erst reingetan, da hat er kämpft ein bisschen, hier, mit seinem Hinterteil versucht er den anderen wegzuschubsen, der obere, will sein Revier behaupten, richtig niedliche Tiere, sind auch nicht sehr scheu, Madagaskar Fauchschaben, falls sich jemand dafür interessiert, so macht's gut Leute, ciao!